es kommt Leute 200 Likes auf Facebook Kinnackt SpaceLive Gaming und da dachte mir gut dann Marie jetzt schon mal vorab ein kleines eigenes Special erstmal Gratulation an alle Mitglieder nochmal selbst jetzt mache ich aber erstmal ein kleines Gameplay Video mit einem der Spiele womit das ganze hier überhaupt angefangen hat Counter-Strike Source Offen Sanks.de Train Only Ranking Server ist einer meiner Lieblingsserver auch damals wo ich hier mit den Youtube-Kanal gewonnen habe und jetzt werden wir mal gucken wie viele wir denn holen bevor ich verrecke den Aim hochstellen oder sagen wir mal so bis ich einen Negativ KD habe aus 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 Was sind denn das für Nuts heute mal wieder auf diesem Server? Mal gucken ob ich hier einen kriege Den habe ich natürlich locker geholt Der hat sie wohl erfrauten Ne wir gehen um rum Geil was sie waren sie waren es einmal Was sind das für Kratzer im Turm Was sind das für Kratzer im Turm Boah Alter Regel dein Mikro Bitte Jetzt gehen wir andere Seite Na wo bleibt Den habe ich geholt Ich habe mich nicht gezwommen Oh Oh es geht doch mich nicht durch naja egal Der Rest der Bande 18 zu 0 Boah alter der Typ hier Wer auch immer das ist, ich würd ihn am liebsten muten Muss ich gleich mal gucken Lauf mir so in den Scope rein, ne? Wicked sick Lass die sich gegenseitig nicht längst gekillt haben, wundert mich Ok Killing spring Läufts Arschloch Erstmal verhindern, ah da liegt die Bombe Den hab ich auch noch geholt Auch kein Ding Safen die jetzt hier oder so? Ne, die wollen jetzt planten Antiterroreinheit gewinnt Schaffen sie aber nicht Mein Handy hat jetzt schon zweimal wie früher Warte, ich sollte gleich mal nachgucken Ok, los gehts! So Wollen wir doch mal nachgucken Geht in Deckel Jawoll aber Auf hier, ne? Richtiger Draufgänger hier So Headshot Ja Hier Auf hier Auf hier Auf hier Einmal halbjahr Easy an den Kerfer Schießen Headshot Könnte machen Aber Fuh Easy Wot Headshot Einer hat mich noch gut. 30 zu 1. So weiter geht es hier. Achja ich muss hier erstmal einkaufen. Gewehre und einmal Kevlar und Koch. So und dann gehen wir direkt hier zum Plantplatz. Wenn ich jetzt noch mal steuern sollte ist das Video vorbei würde ich sagen. Aber wir gucken wie lange das so dauert. Zum Glück habe ich die Weste an. Das war jetzt knapp. Was ich alleine gegen die alle? Ah next death vorprogrammiert. Das war's. Das war's. ich bedanke mich fürs zusehen ich bin euer andrewis bis zum nächsten mal ihr zocker junkies